Brenne ich erst mal meins durch hier? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Kohle ist da noch drinne. Das hast du mal da rein. Ich muss die Schafe wieder scherben. Für was? Teppich. Ich habe in der vorletzten Folge mein unteres Geschoss eingerichtet. Da bin ich noch nicht ganz fertig geworden. Kann ich mal schauen? Joah. Enderman! Komm. Jetzt bleibst du mal stehen, scheißvieh. Ich kenne deine Ecke mittlerweile. Ich muss erst mal suchen, wo der Teleporter ist. Das sieht ganz nice aus. Alter, stürme ich jetzt rein. Drei Grasblöcke und sechs Enderperlen aus einem Enderman. Mh, normal. Läuft. Schaf, bist du so dämlich? Komm, fress Gras. Was? 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 War das jetzt so hellgrau, was ich hier genommen habe? Ja. Light Grey. Light Grey, ja. Und das war Light Grey. Grau, weiß, grau, weiß, grau, weiß, grau, weiß, grau, weiße. Da war ich doch jetzt Mosaik. So, das reden wir weg. Das reden wir weg. Das reden wir weg. Das reden wir weg. Äh, aha. Und so. So. Ah, Feder anbunden. So. Das sieht sogar besser aus mit dem Mosaik. Läuft. Äh, dann hier. Das Love Zimmer. Kann so bleiben. Kommt einfach nur noch ein Schrank dazu. Da wollte ich dieses Holz nehmen. Und das, was sprues. Habe ich noch drei Planks? Ei, ei, ei. Was? Bei wem darf ich ein 2x2 Spruce Wood vom Haus spawnen lassen? Äh, von meinem alten Haus, da haben wir doch sowieso schon ein paar Zoll. Okay. 1, 2, 3, 4. Von mir. Könnte sich jemand ganz kurz hinlegen? Im Käufer den von Justin. Von seinem Haus hat er ja einen. Stimmt. Setz ich ihm einen neuen dorthin. Ähm. So. Eins. Zwei. Jetzt. So. Tot. Tot. What? Wow sec. Genau noch eine Blocke. in der hoffnung dass er jetzt einen schöneren baum kriegt den ich etwas zur seite setze genau so kacke aus der sieht schnell etwas besser aus 268 hast du nicht gefunden zu verlieren wir waren ja kunden so 46 16 kurz da habe ich auch zwei bäume für die insel dann spruce woods das so kleiderschritt 1 kleiderschritt 2 so baden muss ich nicht in dem projekt ich habe ein seh hinterm Haus hat sich das auch erledigt ich habe mir ein spruce lock äh kommst du zu mir ich habe gerade welche dabei ne ich kann mir auch eben einen der bäume forges in seinem Haus fällen oder so oder so ey die hatte ich vorhin umgecraftet um bei denen einen Button zu craften ich habe es um das ist das die saplinge da rein der grasloch da rein das baumiel da rein der knochen da rein der der Pfeil oder der 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 große dafür gekriegt na gut, Justin hätte doch gestern auch einfach die Bäume abfilmen können, hat er ja selbst nicht gemacht also. War Justin gestern da? Ne, gestern war er nicht da, weil gestern war der Server nicht online. Ich meinte beim letzten, ja gut dann ja beim Mittwoch, da waren wir ja größtenteils nur im Villager Dorf drüben und haben die ganze, also die zwei haben die ganze Zeit die Villager hin und her transportiert. Ich bin froh, dass ihr das alte Loch nicht zugebaut habt, da drinnen bin ich gespart. Alc hat gemeint, ich soll es wieder zumachen, ich habe es aber einfach für die billige Variante genommen und Alc hat schon gesagt, nur oben eine Dirt-Decke drüber ziehen. Also ich habe es so verstanden, ich sollte es zumachen. Ne. Alc hat es einfach zumachen sollen komplett. Aber nur mit Obby, da sie schön lange greifen. Ja, ich wusste, dass du drin bist, wahrscheinlich. Da hätten wir auch ein Lavasee besetzen können dann schon. Man muss ja ein Fire Resist. Da halte ich ihn länger aus. Auch den ganzen Wasserhaken damit einsetzen. Hm? Wasserverein setzen? Eine TNT-Falle. Ja. Will jemand ein Soul Speed 2 Buch haben? Ich habe in so einer Nähterfestung eins gefunden. Ich brauche den Scheiß nicht. Das ist Soul Speed dafür, dass man auf Soul Speed schneller läuft. Ja. Ja. Aber deine Rüstung kriegt dadurch trotzdem Schaden. Soul Speed kriegt meine Rüstung keinen Schaden. Von der Verzauberung Soul Speed. Kriegt deine Rüstung keinen Schaden. Okay. Als Gegenleist dafür, dass du schneller laufen kannst. Wow. Hier das, das, das. Das sieht cool aus. Äh, ich brauche noch... Brauche ich noch mal Holz. Da habe ich ja jetzt so mehr als ist genug. So... so und so. Und so. Und du. Quickshot eins. Ah, das ist ja alles genug. Das ist ja alles genug. So und so. So, so und so. So und du quickshot eins. gut dann haue ich das buch erstmal draußen mit beim zauberungstisch rein ist ja im grunde ein fluch das kacke ist was ist ein fluch na soulspeed naja für mich ist es ein fluch weil die rüstung schaden kriegt ja gut später wenn wir manning drauf haben ist es dann ja relativ egal außer du lebst auf so send warum haben wir hier nur ein hässliches graues schaf wir haben immer von allen zwei beim hellkraut ist nur eins dann hat das irgendwer mal gekillt oder irgendein mob keine ahnung anfänglich machen es auf jeden fall von allen zwei ansonsten lass dich doch mit dem weißen bin ich gerade dabei kommt ja noch ein graues dann bei raus oh dann da ist es ja aber wer schon ist grau wenn ihr jetzt 50 50 farbe überwiegt witzigerweise so weit ich weiß nicht probier's wirklich mal aus züchte 50 schafe davon sind drei halbe äh quatsch zwei dritte so ist ein graues ist ein graues muss ich das andere nur wieder hier rauskriegen jetzt sind alle bei den weißen sondern wollte mich verarschen ja geh darüber schubs dein kind mit raus genau weiß muss ich genug haben weiß hab ich genug weiß hab ich genug da geht's nicht da geht's nicht da oh mann okay ich muss unbedingt gleich miteinander möchte wer mitkommt ich möchte mich in der festung und ich würde ungern alleine gehen ich brauche nämlich blaze powder in massen wofür? also automatisch braun oder warum? ne fire charges brauche ich äh ich hab doch dings das wird nicht reichen ne äh fire charge machst du doch aus blaze powder ja eh äh äh ich hat doch den blaze ja ok dann muss ich warten bis der blaze spawner bereit ist ähhhh ich hab zwei blaze und einen magma cube spawner und 2 davon werden auf jeden fall heute noch in der mob Farm verbaut könnte ich mich in der nächsten Folge results sitzen. Was haben wir? Ey wir haben Feuerticks aus, das könnte der Grund sein. Weil ist Feuerticks aus? Ja. Das könnte der Grund sein, warum es nicht funktioniert. Naja, wenn ich es jetzt anmache, sehen einige Häuser scheiße aus. Wieso, wer hat Feuer in seinem Haus? Ich nicht, aber CO2. Der eigentlich immer noch nicht den Anspruch aus haben kann. Ich habe ein besseres Haus als du. Manches wenigstens taus, außerdem mittlerweile hat Eikes umgebaut. Kampfansage. Du hast mittlerweile ein besseres Haus als ich. Warum ist eigentlich nur das Herz verschwunden? Das sah doch so schön aus. Das habe ich am Anfang nicht mal gesehen, erst als ich bei dir war. Da fand ich selbst das Einhorn besser. Ach willst du ein Einhorn haben? Das habe ich nicht gesagt. Ich kann dir eins wechseln. Ich baue ihm instant heute in einem Timelapse noch eins hin. War er damals auf Cev-Techt genauso. Da hat er neben seinem Grundstück ein schönes großes Einhorn stehen gehabt. Groß, ja. Schön lässt sich drüber schreien. Boah, ne. Aber irgendwann habe ich es akzeptiert. Ich war gerade auf Betthöhe bei mir. Okay, schön, okay. Ja, gut. Warte. Du fandest das Einhorn nicht schön? Das habe ich nicht gesagt. Ich fand das irgendwann erträglich. Hm. Hier rennen ein paar Creeper draußen rum. Äh, Ambrust und Bögen verzaukelt. Eik, was brauchst du denn für die Mob-Farm? Außer es braucht noch mehr. Äh, warte, ich muss gucken, was ich noch alles in der Kiste habe. Weil Cleanstone habe ich jetzt auf Sicht hier keinen mehr. Ich habe mehr als genug Stonebricks. Ich habe noch ein bisschen Cleanstone hier. Oh, hier habe ich noch mehr Cleanstone. Oh Gott. Ich wollte den Creeper treffen. Sorry. Also, ich habe alles. Ich habe eigentlich alles. Das Holz, wenn ich das brauche, sage ich euch Bescheid. Jetzt mache ich mit. Jetzt mache ich mit. Wartet. Kann ich gleich mal meinen Bogen testen. Meine Güte, ey. Äh, wo ist er? Wo ist er? Da ist er. Uh, Creeper beim Haus. Creeper beim Haus. Hilfe, 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 Hilfe. Wie viele Weile hast du? Genuch. Aua. Das war ich nicht. Wer die doch nur leuchten lassen, Ike. Ah, er leuchtet. Wie lange los? Sag doch mal, haust du mich mit einem Schwert? Wir haben mit dem Bogen gesagt. Du hast gar nichts gesagt. Du hast einfach mitgemacht. Ich will es. Bounce. Alter, Ike. Ja? Du bist acht Herzen ungefähr. Ey, könnt ihr mal aufhören? Du hast mich gerade auch einmal geschlagen. Ich hab den Creeper abgeschossen. Ich hab den Creeper abgeschossen. Aber was zählst du da? Ich bin Skrid. Sicher, dass du das schaffst? Getroffen. Nee, bei mir ist mit dem Glas entdeckt. Ich seh nicht, ob ich es treffen würde oder nicht. Da war er weg. Leuchtest du jetzt auch? Nee. Nee, ich hab keine Leichtfalte mehr. Ich hab noch welche. Wow. Ich dachte, das wäre auf dem Bogen irgendwas. Nee, das sind Spektralpfeile. Wie er wegrennt. Ich hab keine Pfeile mehr. Deswegen renne ich gerade einmal im Kreis. Hör auf zu blocken, du Feigling. Ich will ja nicht mal kämpfen. Außerdem, wieso misch ich dich eigentlich ein? Weil ich Lust hab. Außer ich steh nur hier und esse. Mhm. Und nebenbei ziehst du zufällig noch einen Bogen an. Sag mal, das Haus von Darko steht doch auf Stelzen. Das ist mal mal darunter den Bergabtragen. Dann musst du hier zwei täglich diesen hässlichen Anblick erleben. Und du auch. Das ist es für mich wert. Okay. Und wir tragen den Bergab. Ich krieg das durch. Okay. Das heißt Krieg. Oh Gott, ich halt mich da jetzt raus. Du hast ihn angefangen. Du hast ihn angefangen. Hä? Ne. Ihr zwei habt euch beschossen. Ich hab einfach nur mitgemacht. Jetzt wird es mir wieder in die Schuhe geschoben. Boah, nö. Das ist wie am letzten Aufnahmetag, wo mir auch wieder alles in die Schuhe geschoben wurde. Und ich nicht mal was dafür konnte. Das mit dem Creeper oder mit dem Skelett. Der Aufnahmetag Creeper? Ne, das war der vorletzte Aufnahmetag. Wo ich angeblich unten einen Tunnel gebaut hätte, wo Mobs rauskommen. In der Farm. Das wurde mir auch in die Schuhe geschoben, obwohl ich das nicht gemacht habe. Also.